So, jetzt müssen wir aber das aktivieren, wir sind jetzt ein bisschen zu hochfällig hier und klein nochmal. So, da ist Wave 26! So, bis Wave 28 will ich die Farmen hier fertig haben. Und WB Done! Und wir wollen das kassieren. Und wir wollen das kassieren. Jawoll, haben wir wieder was gekriegt. Und die Wave 27 ist da. So, da haben wir alles abgegradet, alles abgegradet, jetzt ist die dran. So, da haben wir alles abgegradet. So, jetzt geht es Zeit, dass wir das hier endlich abgewinnen. So, letzte noch. Und dann haben wir das hier. Und Wave 29! So, fertig, alles abgegradet jetzt. Jetzt können wir uns wieder um die Tower hier kümmern. So, Wave 30 will ich. Okay, es geht vorwärts. Und aufwärte hier, sehr schön. Und jetzt kriegen wir wieder was. So, Wave 31. So, Wave 31. So, hier noch eine zum Aktivieren hin. Und hier noch eine zum Aktivieren hin. Und hier noch eine mit den dicken Fingern. Und hier dann auch ein paar Euro? So, aufwärts. Und hier. So, das ist wichtig. So, das geht vorwärts. So, aufwärts! Bye. So, das geht. Jochen, bis zum Inklaus. Und dass wir uns wieder da sind. So, jetzt. So, jetzt nehmen wir noch eine zum aktivieren, ich überlege mir gerade wohin, das machen wir es hier, passt schon, genau, da oben, so, dann wird es Zeit, dass wir hier ein Dorf hinbauen, hm, das steht so blöd, dass ich hier nicht hin kann, so, jetzt gehts, so, hier haben wir ein Dreierlevel, oh, das ist super blöd, dann machen wir das bisschen anders, machen wir das so, und los geht die Party, Wave 33! Und DDT's kommen das erste Mal! Wave 34! So, haben wir wieder, bei 39 kriegen wir noch was, DDT's ein grüner, ich werd nix aktivieren, mal schauen, wie weit wir kommen, oh, da kommt auch ein paar ordentlich was, das könnte stressig werden, aber ich aktiviere jetzt absichtlich nix, ich möchte schon, wie weit die durchkommen, zur Not habe ich ja alles ready, also der Grüne wird total vernichtet, Wave 36! Erstens, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich weiß nicht, wir wollen, dass ich sie nicht alles wiederholfen, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass ich zu nicht so, wie weit ich alleine bin, das ist, ich weiß nicht, oder weil ich wäre ich So, wir haben das Territory, locker zackig und flockig, da ist nur locker wohl 50 drin. Aktivieren wir mal ein bisschen was, schadet ja nicht, wenn wir mal ein bisschen mithilft. So kurz ist der Weg eigentlich nicht, es geht. So, wir haben 38, Leute. Und die DDTs. Und mehr DDTs. Oh, es geht. Wave 39. 35. Tschüss. So, der Grüne, da wird der voll zerfetzt. Der war da so gut wie unbeschädigt vorher. Aber recht weit wieder hier nicht kommen. Und weg ist er. Rief 39 geschehen. Das schaffen wir auch noch den 49er. 74 wird sicher weniger. So, Rief 40. Supermonkeys habe ich auch noch keine Merke gerade. Mit denen wäre es viel leichter. So, wir werden jetzt einmal die Dörfer bauen. So, dann ist überall schöne Range. Und jetzt machen wir die Zauberer. Mit Haar. Schön überall Feuer dahin. Dann werden wir langsam die Raketen machen. So, dann. Ja, Wave 41 ist in der Haus. Und Wave 42. Wave 43. Wave 43. So, jetzt müssen wir mal probieren, ob wir hier das linke Upgrade schon haben. Also, die linke Tier 4. Noch immer nicht. Okay. Gut zu wissen. So, haben wir mal alles raus. Dass die da keine Fressen kriegen, die Grünen. So, jetzt müssen wir mal alles raus. 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 Zwei grüne noch. Das geht richtig, ey. So, wirklich, weit kommen die kleinen Pisser nicht, aber immerhin schon mal durch hier. Ja, spät, dass es hier hinten ist. Ruhe. Hm. Nehmen wir Jida. Wir kommen hier hin. So, gleich haben wir das hier. Komm, lass uns das setzen. Einer noch. Den gehen wir hier hin. So. WIV 44 is in the house. Oh, ja. Aber ist auch zu heiß. Vermute ich mal, ne? Oh, DDTs. Noch ein bisschen was aktivieren hier. So. Haben wir genug aktiviert? Das muss reichen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020